Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange. Wir sind auf dem Weg zum Mädchentrakt und irgends etwas passiert da. Kate will sich anscheinend was antun. Oh nein. Oh Gott. Sie darf natürlich nicht sterben. Was können wir dagegen tun, ist die Frage. So, wir haben wieder unsere Nasenbluten. Nicht jetzt. Ich muss etwas versuchen. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht immer wieder zurückspulen. Halt der rechte Maustaste, um die Zeit zurück zu drehen. Nein. Ja gut, wir können aber jetzt gerade nichts anderes machen als zurückspulen. Okay, das ist der Punkt, an dem sie da runterspringt. Und wir bluten mehr und mehr. Wir kippen doch auch gleich um. Und die Zeit bleibt stehen. Aha. Okay, irgendwas passiert gerade mit uns. Aber was? Okay, wir könnten jetzt hochgehen wahrscheinlich. Ich... ...gehe, Max. Okay, aber es ist wahrscheinlich auf Dauer nicht gesund. Ähm, die Vögel. Wir hängen an einem Vogel fest. An einem Vogelschwarm anscheinend. Okay, wir müssen also hier entlang. Das heißt, wir müssen da irgendwie schnell jetzt nach oben kommen mit unseren Kopfschmerzen. Und der blutigen Nase, der gute Secret Service David rennt auch ins Haus. Aber wir sind schneller. Kommen wir jetzt hier rein? Äh, aufs Dach zu gehen. Okay. Wenigstens machen wir da drinnen nicht komplett rumlaufen. Das hätte auch wahrscheinlich ein bisschen gedauert. So, und jetzt können wir sie doch da hoffentlich wegnehmen, bevor sie springt. Ja. So, wenn wir sie wegnehmen können, ist die Frage. Und vor allem, wie lassen wir die Zeit weiterlaufen? Okay, das Nasenbluten hört auf. Was machst du hier, Max? Dein Leben retten. Nicht jetzt. Es funktioniert nicht. Ich habe keine Kraft, okay? Ich habe keine Kraft, okay? Max, wirklich, komm nicht nach mir. Ich werde schlafen. Okay, okay. Ich bin gerade hier. Kate, bitte. Oh, Max, ich weiß, du willst mir helfen. Ich liebe, dass du ihn zu David schlappst, aber es ist jetzt nicht wichtig. Nichts ist wichtig. Äh, es wird besser werden. Du bist wichtig. Du wichtig. Und nicht nur zu mir. Ich will, dass ich das glauben kann. Kate, dein Leben ist immer dein. Und wir können das zusammenfassen. Pff. Lass mich helfen. Du bist so ein Lüter. Du wolltest, mich zu mir helfen, mit meinen Telefonnummern zu verhindern? Ähm. Es war auf stumm gescheit und die Batterie war alle. Ich war mit Chloe zusammen. Ich dachte, es sei Waren. Wir waren mit Chloe zusammen. Wir sagen ihr einfach die Wahrheit. Mal gucken, was passiert. Ich war mit Chloe und sie hatte auch ein sehr großes Problem. Ich bin sorry. Wahrscheinlich ist sie das Problem weniger als ich. Warum habe ich mich auch mit mir beschäftigt? Ich bin trotzdem fertig. Okay. Nein, du bist nicht. Und ich bin hier für dich. Hey, du verraten mich. Komm, stand bei mir, okay? Ich kann dir jetzt helfen. Ich weiß, dass ich es kann. Heute Morgen habe ich das Web-Link zu dem Video eröffnet. Es wurde auf dem Schauerstoffer-Mirror geschrieben. Sind Sie wirklich ernsthaft? Nein. Äh, Nathan steckt mit drin. Dir wurden Drogen verpasst. Ich bin mir über dich, weil ich glaube, du warst. Wir werden wissen, wer das macht und machen sie. Sie sind so persuasive, Max. Wenn nur... Kate, ich glaube dich. Will du glauben mir? Bitte, du musst du das tun. Max, ich bin in einem Dichtungsgericht. Und ich kann nicht aufwarten. Unless ich mich zu schaubern. Dann alle von Blackwell-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror-Mirror. Kein Wunder, sie nennen es ein Web. Nichts kann niemals rauskommen. Wie mein Video. Ich wünsche, ich könnte zurück in Zeit und alles eröffnen. Niemand weiss, Kate. Es wird ein anderes viral-Victoria-Video in einem Tag. Und jeder wird es vergessen. Du kannst mein Video aus dem Internet schrauben. Und das ist, wie ich mich erinnern werde. Unless ich schraube. Es ist doch auch keine Lösung. Oh nein. Okay, wir haben einen Fehler gemacht in der Entscheidung. Können wir die Zeit nochmal zurückdrehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben unsere Kraft verloren. Oh nein. Es war unsere einzige Chance, ihr Leben zu retten und sie ist gesprungen. So ein Mist. Oh mein, dieses Spiel. Ich weiß, das ist nicht schön für uns, aber wir müssen uns überlegen, was passiert ist, bevor Miss Marsh, bevor sie getan hat, was sie getan hat. Oh nein. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Ja. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Sie weinte wegen Jefferson. David hat sie gemobbt. Äh, wir nehmen erstmal das Offensichtlichste. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and played in the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. They don't need this forum right now. Yes. I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Alright, Ms. Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use my power again. Wir unterschreiben, würde ich sagen. Weil das ist die Wahrheit. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Okay, wir durften jetzt also alle gehen. Und wir haben uns garantiert keinen Freund gemacht mit der Aktion. Zurück in der Stadt. Und dann sind wir noch auf dem Campus. Okay, wir sind noch auf dem Campus. I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared. Better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow, along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday and Madsen is a straight up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Okay. Eine Sonnenfinsternis. I believe you, Warren. I believe anything this week. Ein merkwürdiges Wetter und eine Sonnenfinsternis. Okay. Wow. Was für eine Woche bisher hier. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist doch Chloes Mutter und Stiefvater. Was ist mit Chloe? Wo ist Chloe? Mr. Jefferson, der Lehrer. Der Director. Okay. Und die Sonnenfinsternis ist gleich vollständig. Okay. Da gab es eine Diskussion, einen Streit. Wer weiß um was. Ähm. Victoria. Okay. Sie wird sich wahrscheinlich die Schuld geben. Nathan, der wie immer cool tunte. Und keiner sagt was. Okay. 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 Wer ist er von hinten? Ach, das ist der Besitzer des Trucks dort, ne? Der, 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 des Wohnwagens, genau. Mit seinem Hund, an dem er nicht vorbeikam. Tja, ein kleiner Altar für Kate. Tja. You will live in our hearts forever, ja. Sie lebt in allen Herzen weiter. Oh, Mann. Ähm. Chloe sitzt mit einer Kamera anscheinend am Fluss. Am Rauchen natürlich auch wieder, aber okay. Immerhin hat sie wieder eine Kamera in der Hand. Ne, ein Handy, okay. Die Sonnenfinsternis ist abgefahren. Äh, finden wir was gemeinsam. Oh, Mann. Tut sie sich jetzt auch was an? Das wäre doch viel zu viel für den einen Tag. Oder? Rachel Kelly. Okay. Da fehlt ein Aktenordner, wenn ich es richtig sehe. Da ist noch so viel Platz. Aber okay. Okay. Der Gesuchtbrief für Ray, äh, nee. Kate Marsh. Ja, den Rest kann man leider nicht lesen. Es ist aber irgendwas über Kate. War's das jetzt mit dem zweiten Teil? Okay. Das war also die zweite Episode von Life is Strange. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem dritten Teil. Also, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao. ��. Schon auch.